Jetzt. Ja, was geht? Ja, erzähl mal das gestern bei der Arbeit. Das ist alles das Ding umgebrannt. Als du dich verbrannt hast. Ja, stimmt. Da ist so ein ganzer Wagen mit so Welten umgeflogen und ich hab mich voll weg verbrannt. Zeig mal den Zaubertrick. Mit den Beinen? Wie ging das mit den Beinen? Ja. Ja.